Hallo ihr Lieben, hier zu KONDOSMO 7 mit dem Toyota Supra RZ von 1997. Hier kurz die Einstellungen, mit denen es ins Rennen geht. Und zwar geht es zur Hypercarperate zum Red Bull Ring 6 Ründchen. Ganz genau, mit anschließenden Replays, versteht sich. Er hat schon ordentlich Power. Wollte man gar nicht meinen. Ich habe jetzt kurz überlegt, ob ich rechts vorbei kann oder nicht. Ich habe jetzt ganz klar, mit dem Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020